Sieben Dinge, die dir beim Abmischen eines echten, aufgenommenen Schlagzeugs weiterhelfen sollen. Egal, ob das Schlagzeug aufgenommen wurde im Keller, im Proberaum oder vielleicht in deinem Heimstudio. Diese sieben Basistipps sollen dir auf jeden Fall helfen, deinen nächsten Drammix ein kleines bisschen weiter nach vorne zu bringen. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video- und Recording-Blog meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio und apropos groß. So ein echtes Schlagzeug, das kann schon ein ziemlich großes, ausuferndes Instrument werden. Viele Trommeln, viele Becken, es nimmt insgesamt viel Platz ein, also eine große Fläche, die da vor einem steht, die aufgenommen werden muss und das Ganze meistens dann noch mit ganz vielen Mikrofonen. Es ist also nicht ganz einfach, ein Schlagzeug aufzunehmen und nicht zu Unrecht wird dieses Aufnehmen eines Schlagzeuges auch zur Königsdisziplin beim Recording gezählt. Aber auch beim Abmischen ergeben sich eine ganze Menge Schwierigkeiten oder Stolperfallen und wir wollen heute einfach mal sieben Basistipps angucken, mit denen du deinen nächsten Drammix, aber vielleicht auch die Aufnahme ein kleines bisschen vereinfachen kannst, damit hinterher ein schöner, homogener, cooler Sound rauskommt und aus den vielen Trommeln und Becken ein gesamtes homogenes Gebilde wird, nämlich ein Schlagzeug, das cool klingt in deinem Mix. So ein Schlagzeug aufzunehmen, ich habe es gerade schon gesagt, das ist natürlich mit vielen Mikrofonen verbunden. Einige Leute nehmen sie mit zwei Mikrofonen auf. Es gibt auch Leute, die es nur mit einem Mikrofon aufnehmen, aber es gibt natürlich auch die Tendenz, dass man mit möglichst vielen Mikrofonen aufnimmt. Bis zu zwölf, sechzehn mit Raummikrofonen, da ist alles möglich. Ich tendiere allerdings dazu, mit möglichst wenig Mikrofonen aufzunehmen. Zum einen, weil ich möglichst praxisnah bleiben möchte, das heißt für mich wenig Aufwand haben, möglichst wenig Mikrofonieren, aber zum anderen, weil auch viele von euch da draußen Interfaces haben, die maximal vier Mikrofonvorverstärker haben. Man darf ja nicht vergessen, dass man für jedes Mikrofon auch einen Mikrofonvorverstärker braucht. Außerdem ist der Mix mit vier Mikrofonen schon, naja, nicht zu kompliziert, aber schon anspruchsvoll und dementsprechend damit dafür zu sorgen, dass das Schlagzeug ordentlich klingt, ist schon keine schlechte Herausforderung. Also heute gab es einen Mix oder gibt es Spuren mit einem Mix von vier Mikrofonen und ich habe aufgenommen eine Bassdrum und dann kam aber auch schon die nächste schwierige Entscheidung, die ich schon treffen musste. Denn bei der Aufnahme sollte man auf jeden Fall darauf achten, wie man genau mikrofoniert. Es gibt ja verschiedene Mikrofonierungsformate, irgendwie Versionen, Methoden, zum Beispiel die Glyn Johns Methode, wo man mit drei Mikrofonen ordentlich mikrofonieren kann, habe ich dir hier schon mal verlinkt. Kannst du mal reingucken, wenn dich das interessiert. Nach dem Video ist der Link dann auch noch verfügbar. Also jetzt hier zu Ende gucken und dann da reingucken. Aber da habe ich dir mal gezeigt, wie man mit der Glyn Johns Methode aufnehmen kann. Ich habe mich aber dieses Mal für die Closed Miking Variante, sagt man glaube ich, entschieden. Das heißt, Mikrofone möglichst nah an den Trommeln, also einen an der Bassdrum, einen an der Snare. Und dann kam aber auch schon die wichtige Frage, nehme ich zwei Overheads und bilde das Schlagzeug Stereo ab oder nehme ich nur ein Overhead und gönne mir zwei Mikrofone an der Snaredrum? Ehrlich gesagt, mein Schlagzeug ist relativ klein, wie du hier sehen kannst. Und deswegen habe ich mich entschieden, mein Schlagzeug mit einem Mono-Overhead abzunehmen und dafür aber den Luxus von zwei Mikrofonen an der Snaredrum zu haben, nämlich eins von oben und eins von unten. So bin ich dann bei vier Mikrofonen rausgekommen und dass dieses Mono-Overhead nicht unbedingt klein klingen muss oder dass es zum Nachteil wird im Mix, das schauen wir uns gleich in einem der Tricks nochmal genau an. Wie gesagt, vier Spuren, die kannst du dir gerne, wenn du Basis- oder Premium-Mitglied im Recording-Blog sein solltest, kannst du dir auch kostenlos runterladen und damit selber mal rumspielen. Es gibt da auf jeden Fall die vier Spuren, die kannst du in jede DAW reinladen, findest du dann im Download-Bereich vom Basis- und Premium-Mitglieder-Bereich. Und falls du keine Ahnung haben solltest, wovon ich gerade rede, du denkst, ich bin über YouTube, wo gibt es denn hier Mitglieder-Bereich? Auf meiner Seite unter recordingblog.com gibt es einen Mitglieder-Bereich und da gibt es einmal die Basis-Mitgliedschaft, einmal die Premium-Mitgliedschaft. Und falls du dich dafür interessierst, dich darüber mal informieren möchtest, kannst du hier oben gerne mal klicken und mal reinschauen, ob da was Interessantes für dich dabei ist. Wie gesagt, die Downloads oder der Download von diesen Spuren ist auf jeden Fall dabei. Da kannst du ein bisschen mit rumspielen und ein bisschen nachvollziehen, was ich hier genau gemacht habe. Die Tricks einfach mal ausprobieren, mit echten, am echten Herzen quasi operieren, so kann man es wohl sagen. So viel dazu. Download ist auf jeden Fall möglich. Und falls dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen sollte, spätestens nach der Werbung gerade, dann drück einfach schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir gucken jetzt einfach mal, wie das Ganze dann genau gehen kann. Welche sieben Tipps ich für dich herausgesucht habe und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Diese sieben Tipps sind natürlich nicht abschließend. Es sind sieben Tipps, die ich ausgesucht habe, die ich für mich persönlich bewertet habe. Falls aber dein Lieblingstipp nicht dabei sein sollte, dann schreib ihn gerne unten in die Kommentare und vielleicht machen wir ja schon dem nächsten zweiten Teil die zweiten sieben Basistipps fürs Drum-Up-Mixen dann aus der Recording-Blog-Familie mit deinen und mit euren Vorschlägen. Würde mich freuen, wenn es tatsächlich dazu käme, ein zweites Video zu machen. Jetzt gehen wir aber rein in Medias Rees und fangen an mit Tipp Nummer 1. Die Entscheidung, wie man die Overheads aufnimmt, ist nur eine von vielen, die man beim Aufnehmen von Schlagzeug treffen muss. Eine weitere Entscheidung ist zum Beispiel auch die Position der Mikrofone. Man kann bei Bassdrum und bei Snare zum Beispiel eine ganze Menge Möglichkeiten nutzen, das Set von Mikrofonen aufzustellen und kann da verschiedene Varianten wählen. Bei der Bassdrum zum Beispiel legt man das Mikrofon in die Bassdrum, stellt man sie vor das Frontfell, wenn die Trommel ein Frontfell hat oder hat sie vielleicht sogar ein Resonanzloch, wo man dann das Mikrofon reinstellen kann. Alle drei Sounds klingen unterschiedlich, muss man viel ausprobieren oder einfach mal Testaufnahmen machen, was ich dir sowieso grundsätzlich empfehlen würde, Testaufnahmen zu machen. Und bei der Snare ist es nicht minder schwierig, das Mikrofon aufzustellen. Das heißt schwierig, man muss einfach herausfinden, welchen Sound man tatsächlich haben will. Ich habe für meine Aufnahmen mal zwei Positionen genutzt und zwar einmal von oben, direkt, wie du hier sehen kannst, auf den Snare-Rand, also direkt auf den Rand vom Fell und einmal so gerichtet direkt auf die Mitte vom Snare-Fell und wie die beiden unterschiedlich klingen und wie man damit spielen kann, in Kombination vor allem auch mit dem Snare-Bottom-Mikrofon, also mit dem Mikrofon, was unter der Snare steht, mit dem man übrigens auch spielen könnte, aber das spare ich mir mal für heute. Das schauen wir uns jetzt mal in der Session an. Das klingt dann so. Zwei Mikrofone in unterschiedlichen Positionen an der Snare, das eine auf den Rand der Snare, also auf den Rand des Fells gerichtet, das andere direkt auf die Mittelposition vom Fell und wir nehmen der Vollständigkeit halber auch noch das Snare-Bottom-Mikrofon mit, das von unten auf die Snare drauf zeigt und hören uns die drei erst mal solo an und danach im Mix, dann wirst du schnell verstehen, wie der unterschiedliche Sound von diesen beiden Positionen zustande kommt und da gibt es natürlich noch x Möglichkeiten dazwischen. Ich empfehle dir also, wenn du die Zeit tatsächlich haben solltest, ruhig mal ein bisschen rum zu experimentieren und dir die unterschiedlichen Winkel einfach mal anzuhören, um auch zu lernen, wie das Mikro an der einen Stelle oder an der anderen Stelle klingt und sich am Ende des Tages vielleicht auch besser in den Mix integrieren lässt. Aber hören wir als erstes mal die Center-Position, also das Mikro, was auf die Mitte gerichtet ist von der Snare. Das klingt so. Wir hören schon das Snare-Mic, fängt eine ganze Menge Bleed ein, also Einstreuung von einem Schlagzeug drumherum. Aber natürlich, wie man hier sehen kann, durchaus ganz klare Transienten, wo die Snare zu sehen ist. Das heißt also, das Mike Bleed ist nicht ganz so schlimm an dieser Stelle. Hören wir mal im Vergleich dazu das Snare-Mikrofon, was direkt auf den Rand drauf zeigt. Ich lasse es noch einmal durchlaufen, dann hast du es verinnerlicht. Deutlicher Unterschied, ne? Viel mehr Kessel, man hört das Ringen vom Fell. Und ich schalte mal hin und her. Viel trockener, viel weniger Ton. In diesem Fall ein bisschen fetter, mehr Ton. Und jetzt gehen wir mal aufs Snare-Bottom. Und hier hörst du richtig schön, wie der Teppich unter der Snare rumvibriert, wie er den Ton der Snare lang macht. Und ich nehme jetzt einfach mal die eine Snare dazu. Wir nehmen mal das Mikrofon, was auf das Center drauf drückt und du hörst mal, wie die beiden sich jetzt ergänzen. Jetzt den Teppich weg. Sehr knackig, aber nicht sehr lang der Sound. Brillanter, knuspriger im weitesten Sinne und länger der Snare-Sound. Und jetzt nehmen wir mal das andere Mikrofon, das direkt auf den Rand geschlagen hat, zusammen mit dem Snare-Bottom-Mikrofon. Mehr Ton, aber steht der Snare auch ganz gut, ne? Ich schalte noch einmal hin und her. Also du hörst schon unterschiedliche Charakteristika, nur vom Winkel her, wie das Mikrofon auf die Snare draufkommt. Und wir hören uns das Ganze auch nochmal im Mix an, also jetzt zumindest nur das komplette Schlagzeug zusammen mit Bassdrum und Overheads. Klingt das so. Das ist das Mikro, was auf den Rand zeigt. Und ich schalte jetzt nochmal um. Also du hörst es schon. Es gibt Unterschiede zwischen den beiden Trommeln und dementsprechend lohnt es sich auf jeden Fall hier zu experimentieren und mit den einzelnen Positionen zu spielen und dafür zu sorgen, dass man da auf jeden Fall den Sound findet, mit dem man sich in dem Moment wohlfühlt, dass man da nachträglich noch was machen kann. Das sehen wir gleich in einem weiteren Tipp. Jetzt gehen wir erstmal zurück. Immer wenn ich ein Instrument mit mehr als einem Mikrofon aufnehme, dann muss ich hinterher im Mix aufpassen, dass die Phasenlage oder die Polarisation, sagen auch einige Leute, des Signals von beiden Signalen gleich ist. Du musst dir ja vorstellen, du hast ja eine Welle, die schwingt rauf und runter, immer um so einen Nullpunkt herum, schwingt die rauf und runter und die sollte im Idealfall bei allen Signalen in die gleiche Richtung laufen. Laufen sie in die entgegengesetzte Richtung, kann es zu Phasenauslöschungen kommen, kann der Sound dünn werden zum Beispiel und wie das genau klingt und vor allem wie du die Phasenlage genau einschätzen und auch korrigieren kannst, das schauen wir uns jetzt mal genau im Mix an. Die Phasenlage oder auch Polarität von Signalen, die man mit Mikrofonen aufnimmt, ist ein entscheidender Faktor, wenn man mit mehreren Mikrofonen aufnimmt. Ich benutze die Begriffe Phase und Polarität synonym, also gleichwertig. Es gibt Leute, die unterscheiden dazwischen. Ich benutze die gleichwertig, weil es Mikrofon-Preamps gibt, auf denen Face steht und dann Polarity. Es gibt also beides, gemeint ist das Gleiche. Deswegen benutze ich die beiden Begriffe synonym. Falls du sie unterschiedlich interpretierst, schreib doch mal deine Interpretation der beiden Begriffe oder den Unterschied zwischen den beiden gerne unten in die Kommentare. Aber jetzt zeige ich dir erstmal, woran man das eigentlich erkennen kann. Man kann es zum einen hören, das machen wir gleich, man kann es aber vor allem auch sehen. Wenn du also nicht so geübt bist im Hören, kannst du dir die Signale einfach mal direkt angucken. Dazu musst du nur hier, wie bei uns zum Beispiel, die eine Snare-Spur und die zweite Snare-Spur, die ich jetzt hier markiert habe, einfach mal nehmen und mit dem Zoom einfach mal reingehen in die Spur. Das heißt, Zoom einfach mal deine Aufnahmen ein bisschen auf oder rein in die Aufnahmen und da siehst du, wenn ich mir hier mal reinzoome und das richtig schön groß mache, dann siehst du, dass wir hier die Ausschläge vom Signal sehen und speziell hier in dem Bereich, das sind beides Snare-Schläge, Schnär-Schläge, siehst du, dass hier auf der einen Seite das Signal nach unten in den negativen Bereich geht und gleichzeitig hier bei dem zweiten Signal nach oben und hier bei dem Snare-Bottom übrigens, bei dem Mikrofon, was unter der Snare gewesen ist, auch nach oben. Mit anderen Worten, dieses Signal, wo es nach oben geht und dieses Signal, wo die Phase andersrum läuft, da wird es auf jeden Fall definitiv eine Auslöschung im Sound geben. Mit anderen Worten, das Signal wird voraussichtlich, ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber ich bin ziemlich sicher, sehr viel dünner werden. Man kann das Ganze dann kompensieren, indem man hier einfach ein kleines Plug-in in den Kanal reinlädt. In diesem Fall bei Logic ist es das Plug-in Gain, so heißt es das Gute und mit dem kann man hier einfach mit einem kleinen Face-Invert-Schalter kann man die Phasenlage des Signals einfach umdrehen und damit sollte sie sich angleichen. Wenn ich dieses Plug-in mal ausmache, dann wirst du hören, wie die beiden Mikrofone zusammen funktionieren. Ich schalte mal einfach das Snare-Mikro und Sekunde, muss ich mal eben hier klicken, das Snare-Mikro und das Snare-Bottom zusammen an und wir hören mal kurz, wie die beiden zusammen klingen. So, jetzt nur die Snare. Erstmal ordentliches Snare und jetzt drehe ich mal die Phase bei dem einen Signal. Achte mal, was passiert. Ich hoffe, du hast Kopfhörer auf und konntest den Unterschied hören. Das Signal wird sofort tonaler, es wird fetter insgesamt und du merkst, die Auslöschung sorgt im Prinzip dafür, dass der Sound von der Snare eher ein bisschen dünner, ein bisschen schwächer wird. Wenn die Phasenlage von den Signalen aber gleich ist, dann sorgt man dafür, dass die beide in die gleiche Richtung ungefähr schwingen, nicht an allen Stellen, denn die haben ja einen unterschiedlichen Startpunkt manchmal, dadurch, dass die Mikrofone an unterschiedlichen Stellen stehen. Aber grundsätzlich kann man mit diesem Phasenswitch, mit diesem Phasenschalter dafür sorgen, dass die beiden Signale weitgehend in Phase laufen und dann dafür sorgen, dass diese Auslöschungen zwischen den beiden Signalen dann ausbleiben. Wichtig ist das auf jeden Fall, wenn du mit Schlagzeugaufnahmen umgehst, dass du wirklich einmal guckst bei den Mikrofonen, die die gleichen Teile aufnehmen und auch bei den Overheads mal guckst, wie da tatsächlich die Phasenlage ist. Gehen wir mal rein und gucken wir mal hier. Wir haben hier auf der einen Seite das Overhead-Mikrofon. Mal kurz gucken, ob ich die Stelle finde. Genau, hier haben wir ein Overhead-Mikrofon. Ich schalte das auch mal auf Solo, damit wir das mal mit dem Snare Bottom vergleichen können. Natürlich haben die unterschiedliche Startpunkte, wie man hier sehen kann. Mal ein bisschen reinzoomen. So, das ist ein bisschen viel Zoom-Arbeit, aber das schaffen wir schon. Also, wir gucken mal hier, wie die Phasenlage von den Signalen ist. Wo haben wir einen Snare-Schlag? Nehmen wir mal hier vorne einen Snare-Schlag, einen Snare-Schlag und nehmen diesen hier zum Beispiel. Hier drei, vier. Da zoomen wir mal rein und da siehst du, dass die Phasenlage hier von den Overheads hier nach oben zeigt und hier auch nach oben zeigt beim Snare-Bottom-Mikrofon. Normalerweise ist das Snare-Bottom-Mikrofon umgekehrt im Vergleich zum Snare-Top-Mikrofon. Ich habe aber alte Mikrofone benutzt und da kann es durchaus passieren, dass die Kabel nicht sauber gelötet sind und vielleicht falsch rumgelötet sind. Deswegen lohnt es sich auch, deswegen mal reinzugucken. Also hier, Overhead geht nach oben und hier an dieser Stelle nach unten und in der gleichen Position hier Snare-Bottom nach oben und nach unten und das nächste Mikrofon geht hier nach oben und nach unten und hier bei dem nächsten Mikrofon geht es nach unten und nach oben. Und dementsprechend muss ich jetzt bei dem Mikrofon, wo die Phase andersrum läuft, einfach den Phasenschalter reinpacken mit dem Gain-Plugin oder bei anderen DRWs heißt das Plugin vielleicht anders, macht aber dieselbe Funktion und damit bist du auf der sicheren Seite und hast sichergestellt, dass die Phasenlage richtig ist von allen Signalen, die Polarität richtig ist von allen Signalen und dementsprechend keine Auslöschung da stattfinden können. Du kennst das vielleicht schon, du hörst deine Snare-Trommel aus dem gesamten Schlagzeug schön solo ab und du hast einen richtig schönen Knacken, richtig schönen Anschlag, aber wenn du das ganze Schlagzeug dann aus allen einzelnen Quellen zusammenfügst, dann scheint dieser Anschlag und dieser Attack verloren zu gehen. Das liegt weniger an der Trommel und auch weniger an der Phasenlage von der Trommel, sondern es liegt daran, dass andere Mikrofone die Snare natürlich auch aufnehmen und je mehr Mikrofone die Snare aufnehmen, umso mehr kann dieser Anschlag verwischen, zum Beispiel bei den Overheads, denn die liegen ja nun mal ein kleines bisschen über dem Schlagzeug, es gibt einen zeitlichen Versatz und das kann durchaus dazu führen, dass der Transient von der Snare-Trommel ein kleines bisschen vermatscht. Wenn du jetzt aber einen guten Knack haben möchtest in deiner Snare, dann hilft es, wenn man die Snare ein kleines bisschen im Overhead-Signal reduziert, leiser macht, also immer wenn die Snare-Trommel spielt, dann soll die Snare ein kleines bisschen leiser in den Overheads sein und wie man das mit Sidechain-Compression machen kann, also mit Seitenketten-Kompression, das schauen wir uns jetzt mal in der Session an. Du hast also deine Mikrofone richtig ausgerichtet, du hast die Aufnahme gemacht, du hast die Phasenlage deiner aufgenommenen Signale überprüft und bei Bedarf korrigiert und jetzt, wenn du alle Signale zusammenbringst, dann klingt die Snare nicht so schön, als wenn sie solo abgespielt wird. Wenn sie solo ist, ist sie schön knackig, hat einen starken Transienten, bringst du alle Signale zusammen, wirkt sie ein kleines bisschen matschig und setzt sich nicht ganz so gut durch. Das kann unter anderem daran liegen, dass die Snare eben auch vom Overhead-Mikrofon aufgenommen wird. Klar, das ist ein bisschen höher über dem Schlagzeug drüber und hat natürlich dementsprechend zwischen Trommel und dem Overhead-Mikrofon einen kleinen Laufzeitunterschied, zum Beispiel zu dem Mikrofon, was direkt an der Trommel steht. Ist ja klar, der Schall, wenn gespielt wird, ist schneller hier an diesem kleinen Mikrofon, was direkt an der Seite steht, als einen Meter darüber, wo das Overhead-Mikrofon ist. Der Schall macht 333 Meter pro Sekunde, dementsprechend gibt es einen kleinen Versatz, der sorgt normalerweise dafür, dass das Drumset dann auch ein kleines bisschen räumlicher klingt, was erstmal gut ist. Auf der anderen Seite kann es den Transienten ein kleines bisschen vermatschen. Da wäre es doch cool, wenn immer, wenn die Snare spielt, das Overhead-Mikrofon ein kleines bisschen leiser gemacht werden würde. So eine kleine Automatik, die dafür sorgt, immer wenn die Snare spielt, dass das Overhead-Signal ein kleines bisschen leiser ist und dadurch das eigentliche Signal vom Mikrofon an der Snare ein kleines bisschen mehr Platz hat. Dann kann sich die Snare besser durchsetzen und der Transient kommt besser durch. Und das kann man realisieren, tatsächlich so eine kleine Automatik mit einem Kompressor, der jeweils immer dann komprimiert, wenn die Snare spielt. Also immer dann, wenn die Snare zum Beispiel über das Snare-Mikrofon einen Sound einfängt, dann komprimiert dieser kleine Kompressor und kleine Kompressor. Und ich habe hier mal so einen Kompressor reingeladen in den Overhead-Kanal. Wie ihr siehst, ist mein Overhead-Kanal, der heißt Overhead-M für Mono und da ist oben dieser Kompressor als erstes reingeladen und das ist dieser, den ich jetzt hier gerade aufgemacht habe. Und da kann man per Sidechain-Compression, kann man hier oben einstellen, dass dieser Kompressor immer nur dann komprimiert, wenn über diesen speziellen Kanal, ich habe jetzt hier mal ausgewählt, Snare-Bottom, das ist der Kanal, den ich ausgewählt habe. Das heißt, immer wenn ein Signal reinkommt über Snare-Bottom, wenn die Snare also gespielt wird, dann komprimiert dieser Kompressor. Und der soll ungefähr so sieben bis maximal zehn dB komprimieren, relativ zügig reagieren und die Release-Zeit, also wie schnell er die Runterregulierung des Sounds wieder nach oben macht, also wie schnell er reagiert und wieder zurückregelt, das muss man dann an das Song-Tempo so ein bisschen anpassen. Und wir hören mal kurz rein, so klingt das Signal im Moment ohne den Sidechain-Kompressor. Snare ist da, aber hat nicht wirklich viel Attack. Ich schalte ihn mal an. Und die Snare kriegt sofort automatisch ein kleines bisschen mehr Attack und setzt sich ein kleines bisschen besser durch. Noch mal aus. Und hier siehst du die Kompression im Graph. Immer wenn die Snare spielt, komprimiert dieser Kompressor ein kleines bisschen die Einstellungen. Kannst du ja mal kurz das Video pausieren, kannst du dir ja mal kurz angucken, was ich hier gemacht habe. Wichtig ist nur, dass du kein Make-Up-Gain benutzt hier, also hier auf keinen Fall die Kompression wieder in der Lautstärke aufholen, weil sonst ist das kontraproduktiv. Der soll ja komprimieren und leiser machen und nicht die Lautstärke wieder aufholen und vielleicht gucken, dass du die Attack-Zeit relativ zügig stellst und die Release-Zeit so, dass das Ding nicht anfängt hörbar zu pumpen. Dann noch per Threshold so einstellen, dass er ungefähr 7 bis 10 dB komprimiert. Mit der Ratio kannst du mal gucken, wie es dir gefällt. Muss man auch ein bisschen nach Ohr arbeiten. Aber so schafft man es über diesen Kompressor tatsächlich dafür zu sorgen, dass die Snare ein kleines bisschen mehr Platz hat, der Transient sich besser durchsetzen kann und insgesamt die Snare sich besser im Mix durchsetzen kann. Die Basejam gehört so ein bisschen zu den Spezialkandidaten bei der Aufnahme eines Schlagzeugs. Auf der einen Seite ist sie natürlich Teil des großen Schlagzeugs im großen Konzert der vielen Trommeln. Auf der anderen Seite hat sie gerade durch ihren Druck untenrum natürlich auch eine Sonderposition. Sie kann zum Beispiel zu Problemen auf dem Drambus führen. Da, wo man alle Trommeln zusammenführt, kann sie zum Beispiel den Kompressor stark antriggern. Da gibt es verschiedene Methoden, damit umzugehen. Man kann natürlich beim Kompressor zum Beispiel dafür sorgen, dass er auf die Tieffrequenzen nicht anspricht. Auf der anderen Seite kann man aber auch einfach überlegen, ob man die Basejam auf einen separaten Bus führt oder eben im kompletten Reigen mit allen Schlagzeugtrommeln zusammenführt. Welche Vorteile das bietet und wie das unterschiedlich klingt, das schauen wir uns jetzt gleich mal in der Session an. Die Basejam ist natürlich nicht das Problemkind in unserem Mix, sondern natürlich das Zentrum unseres Mixes, das Fundament und natürlich auch ein wichtiges Element beim kompletten Schlagzeugsound, denn sie ist ja nun mal Teil des Schlagzeuges. Aber es gibt halt zwei Möglichkeiten, wie man sie im Routing betrachten kann, also wie man sie in seinem Mix integriert. Entweder man benutzt sie als Teil des Schlagzeuges und routet sie zusammen mit allen anderen Signalen auf den Drambus oder man betrachtet sie separat und schickt sie separat auf einen eigenen Bus oder direkt auf den Musik-Komplett-Bus, dass sie also gar nicht mit den anderen Instrumenten zusammen behandelt wird. Vorteil, wenn sie nicht mit den anderen zusammenspielt, ist, dass man auch mehr Einfluss darauf hat, wenn man sie nachbearbeitet. Man kann sie zum Beispiel auch mit dem Bass zusammen auf einem Bus packen und dann diese beiden tieffrequenten Signale miteinander zusammen bearbeiten und dafür sorgen, dass die beiden sich nicht in die Quere kommen. Und auf der anderen Seite hat man natürlich die Möglichkeit, wenn man die Basejam auf den Drambus drauf routet, dafür zu sorgen, dass das Schlagzeug noch mehr aus einem Guss wirkt. Ich zeige dir einfach mal beide Varianten. Zu dem Zweck erkläre ich dir mal kurz, dass ich das Schlagzeug hier auf meinem Drambus zusammengefügt habe. Das heißt, ich habe hier einen Bus, wo sowohl die Snare als auch die Overhead und dann entsprechend auch die Bassdrum zusammenkommen und zu einem gesamten Instrument gemacht werden. Ich schicke die mal, die Bassdrum hier, auf meinen Drambus komplett drauf. Das ist hier dieser Bus 2. Und jetzt spielt die Bassdrum, die Snare und die Overhead spielen jetzt komplett zusammen über meinen Drambus. Klingt ordentlich, ne? Kleines Problem am Rande. Ich habe meinen Drambus hier mit einem kleinen Hallraum versehen. Mit anderen Worten, wenn die Bassdrum jetzt auf diesem Bus auch drauf läuft, wird die Bassdrum unweigerlich auch Teil von diesem Raum. Das heißt, der Raumanteil wird auch für die Bassdrum errechnet. Die Bassdrum, die Snare und die Overhead laufen zusammen, sind ein Instrument und bekommen natürlich dann zusammen, wenn sie hier per Cent mit einem Raum versorgt werden, auch einen Raumanteil. Das ist nicht immer gewünscht. Die Bassdrum soll in Zweifel bei einem etwas dichteren Mix im Idealfall wenig Raum haben und eher kompakt und knackig sein. Um das also zu erreichen, würde ich jetzt die Bassdrum direkt auf meinen Mucke-Komplett-Bus, also auf dem Bus, wo die Musik zusammenläuft, hier ruten und würde dafür sorgen, dass Snare und Overhead oder jede Menge andere Mikrofone vom Schlagzeug zusammen auf dem Drambus drauf landen. Die Bassdrum selber aber separat dann auf den anderen Bus gefahren wird. Und ich schalte das mal jetzt im laufenden Mix um. Ich schalte das jetzt zunächst einmal runter und du kannst mal hören, wie es klingt, wenn die Bassdrum nicht drauf ist. Achte mal auf den Raum, den du hörst. Da hörst du wirklich, ob die Bassdrum im Raum mitspielt oder ob sie nicht mitspielt. Es ist hier relativ trocken, die Bassdrum. Fängt sich natürlich ein kleines bisschen Raum trotzdem ein, weil die Overheads zum Beispiel ja auch die Bassdrum aufnehmen und jetzt schalte ich mal zurück auf den Drambus. Und wieder zurück. Der Kompressor reagiert anders, wenn die Bassdrum drauf geschaltet ist und vor allem die Bassdrum klingt trockener, wenn sie separat geroutet wird. Das sind die Möglichkeiten, die du hast. Achte also drauf und spiel einfach mal damit rum, wo du deine Bassdrum hinroutest, ob du sie mit den Instrumenten zusammen auf dem Drambus benutzt oder wenn deine Bassdrum nicht genug Druck hat und sich nicht durchsetzt, rute sie einfach mal separat direkt auf deinen Masterbus oder auf deinen Mucke-Komplettbus und guck mal, wie sich das dann verhält. Dann hast du deutlich mehr Kontrolle über deine Bassdrum und kannst damit noch ein kleines bisschen mehr spielen. Okay, du hast bei der Aufnahme alles gegeben und jetzt stehst du vor dem Mix und stellst fest, die Trommeln klingen vielleicht doch nicht ganz so cool, wie ich mir das vorgestellt habe. Was kann ich nur machen? Mit Equalizer bin ich nicht weitergekommen. Auch Kompression hat mir nicht geholfen. Gibt es noch eine weitere Methode, die Drums nachzubearbeiten? Ja, die gibt es. Ganz ehrlich, man kann heutzutage auch mit Drum Replacement, also mit dem Austauschen von einzelnen Trommeln, gut arbeiten. Es gibt verschiedene Plugins, mit denen man einfach dafür sorgen kann, dass die Trommel zwar spielt, aber gleichzeitig auch noch ein Sample anspielt und dieses Sample kann man sehr gut in den Mix integrieren. Zum einen, weil einem vielleicht der Sound nicht gefällt, vielleicht weil er nicht gelungen ist bei der Aufnahme oder aber, weil man einfach noch eine zusätzliche Klangfarbe dazu kriegen möchte. Es ist also völlig legitim, heutzutage mit Samples zu arbeiten, mit Drum Replacement, schwieriges Wort und dafür gibt es entweder verschiedene Plugins oder man kann in Logic zum Beispiel auch relativ einfach eine Spur einfach austauschen oder ergänzen mit einem Sample. Wie das genau geht, schauen wir uns jetzt mal in der Session an. Okay, du hast schon alles versucht mit Equalizer, Kompressor, aber du kriegst irgendwie den Grundsound von deiner Snare oder von deiner Bassdrum nicht wirklich hin. Da ist es durchaus legitim, auch mit Samples zu arbeiten, um den eigenen Sound, den aufgenommenen Sound noch ein kleines bisschen zu ergänzen. Einige Leute sind da ja sehr puristisch unterwegs, aber ich bin da sehr schmerzfrei und denke, wenn es hilft, dann ist es kein Problem. Zum einen kann man den Sound komplett austauschen mit Samples, man kann aber ihn auch einfach anreichern und dafür sorgen, dass der aufgenommene Sound erhalten bleibt, aber dann nochmal eine kleine frische Note kriegt, vielleicht mit einem strammeren Transienten, mit mehr Räumlichkeit, mit fetterem Low End über die Bassdrum zum Beispiel und so weiter. Ich finde, dass man da die komplette Spielwiese der heutigen DRWs durch auch nutzen kann. In verschiedensten DRWs gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man damit arbeiten kann mit Samples. In Logic zum Beispiel ist eine Funktion eingearbeitet, die einen aufgenommenen Sound zum Beispiel ersetzen kann. Speziell bei Drum Sounds ist das so. Da zeige ich dir gleich, wie das funktioniert. Die andere Variante wäre, wenn deine DRW das nicht bietet, einfach mit einem Jump Trigger Programm zu arbeiten, also mit einem Programm wie zum Beispiel Steven Slate Trigger von Steven Slate, sagt ja der Name, ein Programm, das auf den Eingang reagiert und immer wenn die Trommel spielt, dann dafür sorgt, dass gleichzeitig auch ein Sample abgespielt wird. Beide Varianten schauen wir uns einfach mal an. Zunächst einmal die Variante aus Logic, wie man die Bassdrum ersetzt. Ich habe jetzt hier die Bassdrum Spur schon mal markiert. Du siehst, hier sind die Transienten von der Bassdrum, die spielt sehr sauber und da soll jetzt mal Logic rausrechnen, eine MIDI Spur draus machen, die dann speziell einen Sampler anspielt, auf dem ein Bassdrum Sample geladen ist. Dazu gehe ich hier oben auf Spur und wähle hier einfach die Funktion Drum Spur ersetzen oder doppeln. Ich könnte sie also auch komplett ersetzen. In diesem Fall möchte ich sie aber nur doppeln. Das heißt, er soll gleichzeitig zu dem normalen Signal noch ein Sample abspielen. Dann drücke ich mal drauf, kommt dieser Dialog, es wird analysiert, es kommt dieser Dialog und der schlägt mir als erstes mal vor hier, welches Instrument ich hier eigentlich ersetzen möchte. Das ist die Kick in diesem Fall. Jetzt habe ich die Kick Spur ausgewählt, ich könnte aber auch Snare, Tom oder andere wählen. Der Vorteil ist, wenn ich hier Kick auswähle, dann wird mir hier auf der linken Seite vorgeschlagen, verschiedene Sounds zu nutzen und wir können einfach mal hier über die Hörprobe hören, wie die unterschiedlichen Sounds sich verhalten. Dann kommt man irgendwie auf den Geschmack, sucht sich eine passende Bassdrum aus. Ich nehme mal diese hier mit dem Raum, einfach nur als Beispiel. Wenn ich zufrieden bin, kann ich dann auf OK klicken und schon wird der Sampler geladen, die Midi-Spur erzeugt und ich habe hier zwei Spuren, einmal die Bassdrum Plus in diesem Fall und die Bassdrum, die beiden sind jetzt zusammen, quasi spielen zusammen und du kannst es hier auch sehen, die Transienten sind auch sehr eindeutig zu erkennen. Hier, der Transient spielt hier von der Bassdrum, die ich aufgenommen habe und gleichzeitig wird eine Midi-Note abgespielt. Das ist ein sehr zuverlässiges Verfahren und vor allem sehr kostengünstig, weil es kostet halt einfach nichts. Natürlich geht es auch mit dem Stephen Slade Trigger oder mit jedem anderen Trigger-Programm und ich setze hier mal kurz alles wieder zurück, was ich gerade gemacht habe und wir probieren das Ganze einfach mal aus mit einem Trigger-Programm. Das habe ich hier schon reingeladen, habe das auch schon präpariert, habe hier auch schon zwei Sounds reingeladen. Das Prinzip ist relativ simpel. Das Programm, das Plug-in analysiert den Input und immer wenn ein Schlag reinkommt, der über einen gewissen Threshold hinausgeht, der hier über diesen Strich hier angezeigt wird, dann wird halt zusätzlich noch ein, zwei oder in diesem Fall zwei, vier, sechs, acht Samples abgespielt, die man nochmal separat bearbeiten kann. Das en Detail zu erzählen, wäre vielleicht ein bisschen zu kompliziert, müsste ich mal ein separates Video zu machen, falls du dich dafür interessierst, kannst du ja mal Slade Trigger unten reinschreiben, dann schauen wir uns das mal separat ein kleines bisschen mehr an. Jetzt wollen wir uns einfach nur mal anhören, ich stelle mal hier auf der rechten Seite den Mix-Regler auf 100%, was das Programm macht und wie es klingt. Also in diesem Fall zwei Bass-Drums, die ich ausgewählt habe und wenn die Solo abspielen, muss ich das Plug-in noch aktivieren, dann klingt es so. Und die Snare nochmal ausmachen, damit wir die auch nicht hören. Das wäre ganz gut. Also nur die Bass-Jump. Wir hören jetzt nur die Samples, die abgespielt werden. Ich kann den Mix-Regler hier auf der rechten Seite mal runterdrehen und du hörst bei 0 hören wir die Original-Bass-Drum und jetzt kann ich Stück für Stück die Samples dazugeben und die Bass-Drum kriegt einen anderen Charakter und so kann ich mit diesen Samples, mit diesem Plug-in ganz super easy mal eben meine Bass-Drum aufwerten, ein paar Samples dazugeben und den Sound genauso gestalten, wie ich das möchte. Das gleiche habe ich bei der Snare auch gemacht, das können wir auch nochmal kurz anhören. Bei der Snare habe ich natürlich dann Snare-Sounds genommen und wenn ich hier mal den Regler auf 0 drehe, den Mix-Regler, dann klingt es so. Wir hören auch das Mic flieht noch ein kleines bisschen. Aber wenn ich jetzt hier den Mix-Regler mal auf 100% stelle, bleibt die 100 Hz Snare übrig. Vielleicht ziehen wir nochmal eine andere Snare rein. Mal gucken, ob wir noch eine andere Snare finden, die wir da reinziehen. Ich nehme mal hier von meinen Warren-Samples und gucke mal, ob ich da noch eine schöne Snare finde. Nehmen wir mal die D28, ersetzen mal das Sample hier damit und gucken mal, wie es damit klingt. Ja, sehr krachig. Nehmen wir nochmal einen anderen Sound hier. Ja, das klingt doch gut. Das mischen wir jetzt mal wieder zurück. Unser Original-Snare. Das Ganze im Mix. Ich drehe mal den Mix zurück. Bisschen kraftlos. Jetzt drehe ich das Sample rein. Und du merkst, die Snare kriegt sofort alles das, was ihr im Prinzip gefehlt hat. Und das ohne großes Schnickschnack, einfach nur, indem ich noch ein Sample dazu gemischt habe. Also, ich finde es völlig legitim. Vielleicht siehst du das anders, aber ich glaube, dass man damit schneller zum Ziel kommt und deswegen ist es auch erlaubt. Wir gehen zum nächsten Punkt rüber. Schauen wir mal, was das ist. Der Sound ist jetzt also soweit in Ordnung. Die Samples tun ihren Dienst. Das Schlagzeug klingt groß, aber irgendwie stellst du fest, dass der Schlagzeuger nicht seinen besten Tag hatte. Ihr habt den Song zwar aufgenommen zu einer Glock, also zu einem Metronom, was durchgelaufen ist, aber irgendwie war er nicht so stabil. Vielleicht, weil er es nicht so gut kann. Es kann nicht jeder Schlagzeuger weil er einfach nicht so stabil im Beat ist, nicht so geübt oder vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag gehabt. Kann ja alles passieren. Ich zum Beispiel bin nicht der weltbeste Trommler der Welt. Ich brauche auf jeden Fall Unterstützung. Welche Unterstützung kann man da aber noch neben dem Metronom nehmen? Zum Beispiel Quantisierung. Aber Quantisierung, also den Beat auf ein Raster zu zwängen, zum Beispiel auf ein Viertel oder Achtel Raster zu zwängen, ist mit Mehrspuraufnahmen nicht ganz so einfach wie mit normalen Einzelspuraufnahmen. Es ist aber auch nicht unmöglich. Heutzutage bieten die DRWs jede Menge Möglichkeiten. Ich habe schon mal ein paar Videos dazu gemacht und das soll unser jetziger Trick sein. Wie quantisiere ich Mehrspuraufnahmen von einem Schlagzeug? Gehen wir mal rüber und gucken mal mit welchen Methoden da Logic arbeitet und ein Video zu Studio One kann ich dir dann noch einblenden. Also los geht's. Soundtechnisch stimmt alles, aber der Schlagzeuger hatte einfach einen schlechten Tag. In dem Fall hatte ich jetzt nicht mal meinen besten Schlagzeugtag, aber immerhin habe ich schon mal eingetrommelt. Man muss es also einfach nur noch quantisieren. Einfach nur quantisieren, aber wie geht denn das? Eine einzelne Spur quantisieren ist doch relativ easy, aber wie kann ich in diesem Fall vier oder fünf Spuren quantisieren? Auch das ist relativ einfach. Bei verschiedensten DRWs kann man einstellen, welche Spur von denen die wichtigste ist und die benutzt man als Quantisierungsreferenz. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, ganz ausführlich. Das kann ich dir hier gerne mal hier oben einblenden. Jetzt nur so viel. In Logic ist es zum Beispiel so, dass ich hier diesen zusätzlichen Parameter hier sehe bei meinen Spuren. Q. Q ist die Quantisierungsreferenz. Wenn ich das hier mal die Maus drüber lasse, siehst du auch, das ist die Q-Referenz. Und jetzt muss ich ihm im Prinzip nur beim Quantisieren sagen, pass mal auf, Bassdrum und Snare. An den beiden sollst du dich orientieren und alle anderen Spuren werden daran ausgerichtet. Zu dem Zweck ist es sehr wichtig, dass du alle Spuren, die quantisiert werden, hier zum einen in einer Gruppe zusammenfasst. Ich habe die hier mal in einer Gruppe zusammengefasst, die Spuren, dann habe die Drums genannt. Und dass du dann auch einstellst, wenn du hier mal die Gruppeneinstellungen öffnest, dass du dann hier dabei einstellst, dass bei der Quantisierung auch alle Spuren zusammen quantisiert werden. Dadurch vermeidest du, dass du irgendwelche Phasenschwierigkeiten durch die Quantisierung kriegst. Weil wenn die eine Spur so rum quantisiert wird und die andere so rum, dann verschieben sich die Signale gegeneinander und dann ist die komplette Aufnahme im Eimer. Da muss man alles wieder rückgängig machen. Also dafür sorgen, dass alle Spuren in einer Gruppe sind und dass die zusammen gemeinsam bearbeitet und auch quantisiert werden. Früher hieß dieser Punkt phasenstabil bearbeiten, glaube ich, bevor das letzte Update kam. Das war ein bisschen präziser, was genau das bezeichnete, was hier eigentlich passiert. Also das haben wir aktiviert. Wir haben die Gruppe gemacht. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch dafür sorgen, dass hier die richtige Quantisierungsreferenz gesetzt wird. Ich nehme einfach mal BD für Bassdrum und die Snare Center, die hier Quantisierungsreferenz da sein soll. Und alle anderen Spuren werden jetzt daran ausgerichtet. Ich muss nur noch die Quantisierung einstellen zu dem Zweck. Aktiviere ich hier in diesem Fall mal die Flex-Funktion. Die wird eingeblendet und kann jetzt hier auswählen, wie genau quantisiert wird. Ob die per Time-Stretching, das heißt, die einzelnen Teile werden gedehnt und gestratcht, gedehnt, also gestaucht oder gestratcht, je nachdem, oder die werden auseinandergeschnitten, was hier Slicing bedeutet. Ich stelle hier mal auf Slicing und wir gucken einfach mal, wie gesagt, alles sonst separat in dem Video, was ich dir da verlinkt habe, habe ich schon mal gezeigt. Hier auf Slicing und muss jetzt hier auf der linken Seite im Inspektor eigentlich nur noch eingeben, wie quantisiert wird. Und da stelle ich jetzt mal eine Achtelnote ein. Wir haben einen sehr straighten Beat und rucki zucki spiele ich plötzlich, als wenn ich das Drammen nie anders gemacht hätte und immer im Blut hatte. Du siehst die Anpassung hier, alles was weiß ist, ist dann entsprechend angepasst worden. Hier, jede rote Note ist unverändert und jede weiße ist angepasst worden. Du siehst hier bei Snare ist ein bisschen mehr angepasst worden und die anderen Spuren sind dann entsprechend auch angepasst worden. Toll. Gucken wir mal, wie das Ganze klingt, wenn es quantisiert ist. Läuft aber straight durch, ne? Meine Güte, wir nähern uns dem, ne? Wir haben alles hingekriegt, wir haben die Aufnahme gemacht, die Phase überprüft, wir haben die Sounds ausgetauscht und angepasst, sogar mit Samples gearbeitet, wir haben quantisiert. Fehlt eigentlich nur noch eins, der Mix ist im Moment noch Mono, das heißt, mit dem Mono-Overhead werden wir wahrscheinlich kein großes Stereo hinkriegen, oder? Wir gucken mal. Ich habe mich ja ganz bewusst für das Mono-Overhead entschieden, aber nicht etwa, weil ich wollte, dass mein Schlagzeug komplett Mono erklingt, sondern weil ich wusste, ich habe ja noch ein kleines Hilfsmittel in petto, mit dem ich dafür sorgen kann, dass mein Mix trotzdem größer klingt, also der Mix vom Schlagzeug insgesamt größer und mehr Stereo klingt, als es eigentlich aufgenommen wurde. Und wenn du diesem Kanal schon etwas länger folgst, dann wirst du wahrscheinlich schon ahnen, von welchem Plug-in ich spreche, mit dem ich das gleich hinbiege. Auf jeden Fall zeige ich dir jetzt, wie du aus einem Mono ein etwas größer klingendes Stereo-Overhead machen kannst, ohne dass du zwei Mikrofone aufnehmen musst und ohne dass du noch was weiteres damit machen musst. Du brauchst nur ein Plug-in und das ist sogar kostenlos. Gehen wir mal rüber. Okay, jetzt kann ich die Katze aus dem Sack lassen und du hast es sicherlich schon geahnt. Es gibt zwei Methoden, mit denen man sein Mono-Signal ein kleines bisschen breiter machen kann. Zum einen der Haas-Effekt, da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, aber ich bemängele immer wieder. Der Haas-Effekt klingt wirklich cool, aber er ist nicht monokompatibel. Monokompatibel dagegen ist aber das Plug-in WIDER. Der WIDER von Infected Mushrooms und der ist einer meiner Lieblinge geworden in den letzten Wochen, denn mit dem WIDER kann ich genau das machen, was der Haas-Effekt auch macht, nur eben in monokompatibel. Der WIDER ist ein Programm oder ein Plug-in in dem Fall, das aus einem Mono-Signal irgendwie, frage mich nicht wie, dafür sorgt, dass man den Eindruck hat, dass das Signal ist breiter und größer in Stereo. Wir machen mal nur das Overhead an und wir hören uns das mal an, separat nur das Overhead und das Plug-in ist im Moment aus. Ich stelle es mal hier schon mal profilaktisch auf 100%, dann ballert es auch richtig, wenn ich es gleich anmache und mache es da mal an. Also wir hören jetzt nur das Overhead und wir hören die Kompression von der Snare, die ich gerade schon erklärt habe. Immer wenn die Snare spielt, wird es ein bisschen leiser gemacht. Aber es ist Mono in der Mitte. Machen wir mal den WIDER an. Achtung, auf die Plätze. Für mich ist das Magie. Das ist wirklich Magie, weil wenn ich hier den Mono-Knopf an meinem Monitor-Controller drücke, dann ist das Signal trotzdem komplett da, wird nicht leiser, es ändert sich nichts, aber es ist trotzdem, wenn ich Stereo schalte, deutlich größer. Und was das im Mix ausmacht, das schauen wir uns jetzt mal an, nur das Drum-Set jetzt mal hier. So. Und achte mal drauf, was dann wirklich passiert mit einem ganz normalen Mono-Overhead. Klingt ja ordentlich. Und jetzt gebe ich mal den WIDER dazu. Schon beeindruckend, ne? Ich drehe mal ein bisschen zurück, das ist mir ein bisschen zu viel. Mach mal den AB-Vergleich. Auch okay. Deutlich größer. Also mit anderen Worten, mit dem WIDER kannst du das Mono-Overhead fast virtuell zu einem Stereo machen und da genau das hinkriegen, was du möchtest. Ein großes Drum-Set und hast trotzdem nur ein Mikrofon dafür gebraucht. Wir gehen mal ins Fazit rein. Das waren also meine sieben Basistipps für die Aufnahme und fürs Mischen von einem Schlagzeug, von einem echten Schlagzeug. Und wie gesagt, wenn dein Lieblingstipp nicht dabei gewesen ist, schreib ihn gerne unten in die Kommentare und wir können vielleicht demnächst Teil 2 machen, die besten Tipps zum Schlagzeug aufnehmen und abmischen aus der Recording-Blog-Familie. Ich würde mich sehr freuen, wenn es zu dem Video kommt. Lade dich dazu herzlich ein und wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß beim Nachbauen, beim Ausprobieren. Wie gesagt, die Spuren für alle Mitglieder im Recording-Blog gibt es die auf der Download-Seite im Mitgliederbereich. Falls du noch nicht Mitglied bist, aber es werden möchtest oder mal drüber nachdenken möchtest, hier oben ist der Link nochmal zum Recording-Blog-Mitgliederbereich. Und wir sehen uns dann die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassu!